Das Fotomuseum Winterthur zeigt, präsentiert, diskutiert das gegenwärtige fotografische Forschung zu schaffen, in sehr unterschiedlichen Bereichen und mit all seinen Facetten. Und Situations ist ein experimentelles Format, das Fragestellungen und Zustände, Umstände erprobt, diskutiert und für die Besucherinnen und Besucher des Museums zugänglich macht. Das fotografische Bild ist vernetzt geworden, es zirkuliert, es ist programmierbar, es ist algorithmisch. Mit was haben wir es überhaupt zu tun? Wie können wir die Fotografie und diese fotografischen Veränderungen verstehen? Und wie können wir sie auch in einem Fotomuseum ausstellen und vermitteln? Das aktuelle Cluster heißt Lab. Es hat einen sehr laborartigen Charakter und es geht darum, dass wir dieses Mal eben weniger künstlerische Werke zeigen, sondern mehr einen Einblick geben in die kuratorischen Fragestellungen, mit denen wir uns beschäftigen. So for this situation's cluster, Akihiko Taniguchi created a study for a post-photographic glossary, which is a digital playable environment that recreates virtually what a photo museum of the 21st century could be. So he basically created a whole environment, starting from a replica of the actual photo museum Situations physical space, then transformed it in a game engine and multiplied it, creating like a distorted digital space. Situations beschäftigt sich nicht nur mit dem digitalen Bild, sondern es nutzt auch digitale Plattformen, um dieses Bild eben zu befragen und zu vermitteln. Das heißt, es findet nicht nur in den Ausstellungsräumen in Winterthur statt, sondern auch online. Auf situations.fotomuseum.ch finden Sie immer unsere aktuellen Situations, die wir präsentieren, aber es ist auch zeitgleich wächst es zu einem Archiv, auf dem man alle unsere Tätigkeiten im Rahmen von Situations nachverfolgen kann. Und es geht da auch darum, den digitalen Raum als Ausstellungsplattform zu befragen, zu sehen, wie kann man fotografische Werke eben auch online ausstellen und vermitteln und wie kann man diesen digitalen Raum auch künstlerisch und kuratorisch bespielen. Absolutlich nicht. Wir waren mehr Geld als wir wussten. Das ist nicht für dich, Mann. Ja, mein Geld ist für dich. Technically, du wirst es für mich. Was ist wrong, Dad? Oh, mein Gott.